so und damit herzlich willkommen zu einer weiteren folge batman return to arkham wir müssen jetzt erstmal zu poison ivy in dem traumhaften garten und sie davon abzuhalten ich finde das war ein guter start ja ein schöner start in dem part würde ich sagen wollte traumhaft wir bringen jetzt hier da oben und darum sie bin jetzt da drüben in der villa gespawnt jetzt würde ich das nicht verstehen das ist ja echt unfassbar der typ aber wartet mal jetzt werde ich hier mal schön meinen ferngestalten battering nehmen und hier erst mal eine rübe schmeißen dann kann ich mich hier mal kurz rüberspring das ist ja der k.o. ne jetzt der k.o. pfeife ich hab da oben mal wieder was leuchten sehen rot und wunderschön grün und wunderschön so die kinder drinnen verjessen nö so ok dann könnte ich jetzt direkt da reingeleiten ja wunderbar ja nee will er nicht hoch oh die hat gar nicht gesehen die zehntchen hier na sehr schön so können wir auch direkt hier reingehen ja aber tor müsste ja in die offen sein mal gucken was poison ivy uns wie sie uns empfängt ja schätze mal sie wird äh nicht äh bestens gelauert sein gefällt dir was ich hier verändert habe meine babies wachsen Batman komm sieh mal ähm naja also ich sag mal so ne warte mal kurz vielleicht haben wir den mal ja nicht ich lief aus meiner insel herum ich kam am Zuchthaus vorbei und egelte mich bei den Gedanken an dem Dreck den es enthielt ich sah auf die Gotham Bind unter späte Lichter mir war klar dass Boote noch mehr Degenerierte in meine Stadt bringen würden ich schwor einmal mehr sie vor dieser Dunkelheit zu beschützen der Arma hat sich äh das Ding letztes Mal übersehen ist ja echt äh eine Frechheit so okay die Pflanzen kennen wir ja nicht wie viel haben wir davon stehen hier den anscheinend ja wieso denn war der von auch schon da ich glaube das hatten wir ja schon den Rätsel hatten wir ja schon gelöst äh oh oh 3 so ist fein wir wollten aber falls du das nicht mitgecheckt hast hier oh shit seid ihr hungrig meine armen Babys äh das ist ja echte Frechheit so dann nicht voll hier oder was kann ich mal nicht wahr sein muss ich überhaupt lang ach du heiliger Wahnsinn eh mal komplett durchmarschieren hier durch die ganze Halle hier wo ist denn hier die Tür da unten war die nee da drüben ja das ist gedacht oder nein oh ha das spielt mir Alter oh das kann aber nicht wahr sein sehr gut so nimm diesen Schuh draus ähm ja okay diese Einladung kann ich natürlich nicht abschlagen ja wenn mich eine hübsche Frau mich einlädt zum äh bei dem kleinen Tüli Tongva Tüli To bin ich natürlich dabei nein 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 was war das sofort tot instant oder was hey helf dem Fledermausbaby doch mal oh find's lustig oder was ja bin bereit okay Katzenkopf doch bist du bereit für mich ja bin ich glaubst du du wirst mit mir fertig hm ich warte hier drin komm zu mir ja wie auch denkt auf dem Boden die Blümchen die wachsen sind fand ich ja schon sehr funny so jetzt aber hier so gut find's jetzt nicht so geil wa ja schrei ruhig du Biest wieso weigte da direkt also naja gut danke für diesen traumhaften schönen Blumenboden hier muss ich sagen läuft sich sehr angenehm hast du Angst Adnan deine Stimme ja ich bin Batman oh hallo ich habe mich rückversichert Batman sie werden einfach sterben wenn mir etwas zustimmt ist das so ja ich mache euch erstmal ein bisschen K.O. hey tut mir leid Freunde tut mir leid aber ich warte nicht hier selbst was mit ihm verstorben oh tut mir leid für dich ok ja da muss ich lang äh nein nein ich muss nicht in meinem Blumenboden ich möchte ja dann wieder auf Blumen laufen können ich lasse dich das nicht zerstören Batman ich habe gesagt du sollst in deine Zelle gehen ich war ein Narr ich dachte die Pflanzen hätten Schmerzen jetzt weiß ich dass sie gewachsen sind stärker wurden ist klar kann es noch ein bisschen größer sein oh Gott was muss ich jetzt überhaupt tun oh hallo hallo oh Dorn nicht gut oh bitte ok erstmal nur ausweichen oh ja du kannst Mutter Natur nicht schlagen aber sie kann nicht aua ah ok erstmal nur ausweichen ok easy easy ja ja kann ich erstmal spoofed hier weglaufen achso ah ok ja ja ok verstehe verstehe oh und so lacht dann muss ich erstmal hohoho yeah ich werfe einfach mal in your face hohohohoho ha 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 hohohoho oh 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 meinst du ruhig gehen na ganz ruhig nicht so ja nicht so hohohoho ja ok oh wow war schon fast knapp ja ja ok das werden wir noch mal sehen oh in your face kleine Blumenlady boom oh 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 hat er mich erwischt ha 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 yeah pflanzenlady kriegt eins auf die Rosen oh nein voll in die jumped nein oh 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 easy game oh verarscht hat sie mich oh nein wow knappe Wurst warte bam in your face oh das wird jetzt aber langsam knapp hier ich muss mal auf die Luke sehr schön ein Treffer noch und dann ist es vorbei oh jetzt zieht es aber relativ schnell jetzt zügig voran okay jetzt habe ich mich ja nicht treffen lassen schatze schatze knappe ja ja wunderbar schöner außen sehr gut das werden wir sehen aua zack jetzt habe ich sie aber no no ja voila jetzt springen wir die scheiße hier auf bämm war das jetzt gut äh tagelang an dir larven was ging jetzt los was denn jetzt oh okay oh okay oh und du lädst dich wieder auf hier aber keine Ahnung ach die hat noch ach du heiliger Wahnsinn nochmal dieselbe au oh jetzt wird es aber langsam langsam okay 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 haha haha nein oh gott lucky out oh gott so lange hat es nur den eben nö aua na na los mal auf die kajüte da sehr gut puch na na hier kriegst du nochmal so ein Ding zack geh mal rein damit sehr gut sehr gut weiter so weiter so bleib mal du bist die Beste so mal den kleinen kajüten jungs schlag jetzt mal alle brei oh ja ist okay hier war zu drin hoch ui okay oa da hoch hoch oh la la war ja schon fast hey ist ein Thema da hahaha hahaha naja komm mal her oh schade zu früh jetzt aber bämm aber hahaha das kommen rin mal hin so dinge schade zack okay noch einen eintreffer noch ach macht das aber auch spannend hier naja komm her hier oh oh oa zang , j sehr gut ich glaube nicht ich jetzt habe da jetzt ist hier schluss ja wunderbar kommen ja Da war ein krasser Kampf. Ja, klasse. Geht zur Party. Na ja, das werden wir gleich mal machen. Erstmal gucken wir hier. Genau, zack, sehr gut. Freischalten. Was wird das jetzt gewesen hier? Schallschraubbecken. Verbesserung des Schallbatterings ermöglicht nach dem Werfen eine Detonation, die die Selbstmordmanschette eines Handlangers in der Nähe überlädt und diese ausschaltet. Die Reststörung an diesem Ort verhindert es, dass wir in Schallbatterings benutzt werden können. Lagenweilig. So, was ist denn hier endlich? Da ist die Party. Party geht ab. Gehen wir mal zur Party. Party, Party, Party. Okay. Gibt es hier noch irgendwelche... Okay. Wenn ich hier irgendwas vergesen habe... Nö, 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 nö. Na dann. Kommt... Jetzt kommen wir erstmal die Irren wieder. Obwohl, hier ist noch was zum... Hacken. Hacken. Achso, hier war ich schon mal drinnen. Achso, könnte man jetzt getrickt ein Ding hier, oder was? Nö, machen wir das mal. Vielleicht kriegen wir da irgendwas für... Punkte, glaube ich, ne? Zack, ja, Punkte sind mal gut. Oder kriegen wir dafür Punkte, nö. So, dann kommen wir hier mit Kleena. Der Nächste. Der Nächste. Ja, zack. Da gibt noch Platz für ihn, ne? Na, wer ist der Nächste? Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Keiner. Na, okay. So. Ähm, das ist die Strecke. Jo, Hacken. Warte, hier waren so viele. Habt ihr die hier sehen? Ne, die ganzen... Ist ja übel. Wieso sind denn hier so viele... Wieso sind denn hier so viele... Riddler-Rätseln? Keines hier geortet. Aber hier hatten wir doch... Das hatten wir doch alles schon gelöst, hier, oder? Jetzt müssen wir schnell gucken. Na, wo ist das denn? Oh! Bam. Gott. Okay, alles klar. Wir gehen ja schon zur Party. Ich sehe schon euch stöhnen. Komm, wir gehen durch. Hallo? Ja. Achso, ja. Genau. Einfach springen solltest du. Weil die Tür ist ja... verschlossen. Okay, hier kann ich eine Schuhe machen. Okay, hier hatten wir jetzt die Trophäle schon eingesammelt hier. So. Steht auf dem Schild. Monster-Sale. Ja, immerhin. Schöne Partyhütchen hat drauf. Haha. Gästeliste. Wenn ihr Name nicht auf der Liste ist, kommen sie nicht rein. Tja. Mal sehen. Ah, nein, nein, falsche. B. B. Bain. Ah, hier steht's. Batman. Hey. Sieht aus, als ob sie denn Ehrengast wären. Heißt ihn herzlich willkommen, Jungs. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Auch dieser Applaus gilt euch. Ja. Da ihr bis jetzt durchgehalten habt. Ich bedanke mich bei euch für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und ja. Ich bin gespannt, was auf der Party abgeht. Und wir hoffentlich auch. Ja, ja. Gut. Ja. Na dann. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich sage mit allen bekannten Worten. Bis neulich, Freunde. Bis neulich. So. Der Part ist vorbei. Wenn ihr uns unterstützen wollt, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ansonsten findet ihr uns unter Facebook, Twitter, Twitch oder Google Plus. Oder ihr wollt natürlich gleich sofort den nächsten Part, wenn der hochgeladen ist. Klickt einfach auf das Video. Ich freue mich, euch da wiederzusehen. Bis neulich.